Zuerst kann ich den hier aktivieren und die Aktion auslösen. Dann kann ich hier aufkumpen und dann schneiden sie es mir auf den Kopf und dann wieder draufstehen. Okay, warte. Du machst einen sehr guten Job. Zum Glück haben wir den Baumrötchen Nummer 1 dabei. Schau, wie geil! Jungs, ein bisschen weiterholt. Zuerst die Aktion und Take 1. Zuerst die Aktion für Take 1. Hast du aufgehört um dich hochzufilmen? Zuerst die Aktion für Take 2. Aus. Zuerst die Aktion für Take 2. Aus. Woh! Lauf! Nicht zu fest! Der Tannenbaum muss schütteln. Geht's Lädi? Aber ey, es sieht super aus.